Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Ich bin heute wirft die ab nach dem Ticket und heute wird das Spiel Puzzle Zulibers. Viel Spaß und da sind wir Scarlett. Nein, brauchen wir jetzt nicht. Oh, ich bin noch in der Gehle. Haben die mich noch nicht rausgeschmissen. Geici geici. Max, 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 Max. Mitglieder brauchen wir nicht. Max, Max. Das kann ich nicht spenden. Ich habe noch keine Wimmel. Aber futter. Klick, 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 klick. Ich glaube, ich freue eine neue Maus. Das klicken nervt nach einer Zeit. Ich habe mir auch mal ein paar Videos angeschaut von mir. Immer das Klicken mit der Maus, das nervt. Das integriert sich. So, so, so. So, so, so. haben wir noch was Login Kiste was aber hier hier sind ein paar Sachen mehr Quiz Ach nein was ist das oder ich versteh die Frage nicht in welchen Land wurde man zuerst ursprünglich gekündigt Deutschland welche Belohnung kann man erhalten wenn man ein Zombie auf der Weltkarte besiegt Helmfragmente wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit an Führerstellen in den Mitteln 5,5% wo ist Dr. J gut spieler fußball wer ist Dr. J was ist die häufigste Form von Farb blindheit rot-grün schwächer wie viel legion wirtschafts können fünf stellen her und thrive maximal freischalten schalten 6 und 4 ok keine Ahnung in welcher Position schlafen Fledermöse kopfüber wie viel knochen hat ein erwachsener das ist eine gute Frage ich würde sagen 205 206 reiß dann ein Blick vor die goldene Mütte nehmen was kann Fox Fähigkeit außer heilen noch tun welche Farbe der Spülsteine wird durch Blausteine Gekuntert Och wie waren das hier oben Blau Ich glaube nicht Grün Grün oder Rot Na Rot Mist Wer hier hat von Gott war Venus in der römischen Mythologie das war die Schönheit die Göttin Wie viel Truhen insgesamt können in täglichen Quästen geöffnet werden Ok Wo befindet sich die Universität der Ichi Iwi Was ist das für ein Leak Kenn ich nicht Was wurde aus Mas Hals Frau nachdem sie starb sie wurde krank sie verschwand sie verschwand 1 2 3 4 aber nicht schlecht Sch fourth Ja Was haben wir hier undassemb hier Was haben wir hier und Top hier haben wir Was ist denn hier los? Schauen wir mal, was haben wir hier? Feuerwerk Abholen Ich habe nichts Okay, gehen wir weiter, da hin Start Ah, ich darf das nicht, gut Okay, 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 okay Die Reihe ist fertig Hier haben wir Talente Voll blau Dann haben wir jetzt noch hier 37-Meine-Post Alle Gläsen Und auch alle Gläsen Die Tasche In Mengen Alle Wir öffnen alle Kisten Hier öffnen wir auch alle Kisten Nova, der will 1 erfolgen Achso, ich brauche erstmal Nova Wer ist Nova? Hauptquist abschließen Okay Tägliche Quest Okay Hier ist noch Bestliste Daumen hoch Daumen hoch Zubi Quest schon wieder Und dann werde ich jetzt erstmal hier machen Neue Technologie Was stand denn da? Ich drücke mal schnell weiter Weiß nicht, was da steht Neueste Technologie Ein Hellen auf Level 31 Ein Hellen auf Level 31 Das ist mein stärkster Ich werde den erstmal Oh 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 Okay, gut, dass ich da ein paar Trink habe Aber ich weiß nicht, ob die Reichen Den auf 1,30 machen Deswegen machen wir erstmal den hier auf 1,30 Entwickeln Oh Da fehlt mir hier 10 solcher Bücher Ich brauche 10 Bücher Diese brauche ich War noch die oder? Ich glaube das war die Ja Ich brauche noch ein Lila Und einen Blauen Ich brauche noch ein Lila Jetzt habe ich alle Farben Fortfahren Oh hier, super Gleich schon für eine Reihe Gleich schon für eine Reihe Das ist aber ganz schön stark Boah 133 Oh Erstmal heilen Oh, 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 yeah. Schnell wieder alle heilen. Boah, einer dort. Zweiter Taum. Oh, 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 oh. Okay, nur noch einer. Ja, geschafft. Nein, ich brauch doch die hier. Eine, die habe ich gekriegt. Abschlussbeute, weil ich es geschafft habe und die gekriegt. Da, 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 da. Ich brauchte davon noch neun Stück. Alles so richtige. Wieviel brauch ich bei denen? Auch 30. Das ist doch so gut. Ja, ich will nicht upgrade. Nee, 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 nee. Ich brauch nur ein 31er. Das war mir aber zu knapp gewesen gerade. Blitz. Blitz. Da müssen wir auch versuchen wir, wie man bestätigt und fertig erhält. So, jetzt entwickeln. Bam. 31. Ist er 31 oder noch 30? 31. Passt. Und jetzt den hier. Upgraden. Ah. Der braucht 30. Von den komischen Marken. Dann will ich mal erstmal den blauen hier. Was ist mein stärkster blauer? Die waren gleich 4 Sterne. Der ist aber mit Level 8 schon höher. Nämlich den. Ah. Da komm ich auch nicht weiter. Und Lila. 30. Wurmen soll ich den auf? Livin. Ok. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ist das ein Nummer? Nein. Ok, 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 abholen, abholen, ach die Beschleunigung, fertig hier, zwei Hellen auf Level 31, ja ok, das wird sowieso jetzt nichts. Da fehlen mir 16 solche Sterne, gut, dann ist das erstmal. So, dann schauen wir mal die Technische Quest an, da wird ein Gebäude auf. Wo ist mein Fahrzeug eigentlich noch auf Level 1? Beschleunigen. 60 Minuten geht nicht, 30 Minuten verwende einmal, 15 Minuten verwende einmal, 5 Minuten verwende, fertig. Und jetzt aber, Upgraden. Gratis, Upgraden, Gratis, Upgraden, Gratis. Okay, da brauche ich hier schon jetzt. Dann mache ich jetzt nicht hier. Kann ich eigentlich die aufwerten? Ne, halt auch da. Befördern. Befördern. Okay. Hey. Quest haben wir gemacht. Jetzt bestreite Heldenduell. Heldenduell. Nehmen wir die. Passt schon. Rausschauen. Boah, sind die stark. Na ja. Schauen wir mal. Diese mit Level 340. Loll. Wie groß soll meine Chance dagegen sein? Okay. Da stand hier nur Bestreitung und ich gewinne, oder? Ja. Ah, 3. Nehmen wir mal Handway des Ruhmes. Ah, da geht es bei mir nicht weiter. Dann bleibt es dabei. Das ist das Schlechste. Ich habe auch schon heftig. Wie hoch war es da an Level? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall noch viel zu hoch. Ich kann ja eigentlich spielen, ich möchte. Das bringt sowieso nichts. Auch bei 350. Killer. Verrückt. Ja, 10 Schaden gemacht. Okay, das waren jetzt die drei Angriffe. Dann müsste der hier jetzt auch fertig sein. Wird eine Tech auf. Mach mal. Entwickeln. Maxbau. Ah, hier kommen wir nicht weiter. Wirtschaft. Hier. Ah, Forschungszentrum. Da. Da. Kann man auch nicht weiter. Militär. Forschen. Mit. Achtung. Achtung. Ziehen wir es hoch. Fertige Falle. Das habe ich noch nicht gemacht. Ah, die kann man nicht aufwerten. Das hat wahrscheinlich damit was zu tun, weil es immer eine andere Art von Fallen sind. Das ist der Selbstschuss allein. Gut, gut, gut. Verwende Ressourcen-Item einmal. 1.000, 1.000, steuer 2.000. Ich habe meinen Namen. Ha, alles genommen. Nein, nicht alles. Rekrutiere fünfmal in Nova Star werden. Dann mit dem Freien. Ah, ich habe nur 7. Schade. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Schließen. Ein Kratis. Ein Kratis. Und hier auch nochmal ein Kratis. Ok. Quest abholen. trainieren 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 kann ich das machen oder bräuchte den genschiff das ist normaler zum 1 minute 20 unterwegs, gut, schau weiter Falle Zombie machen wir, verwendet 20 Ausdauer naja ok, da bin ich gerade hin ich kürze nochmal hier rauf schön wie gesagt, das war gerade drin, mit Verbrauch und 20 Hilfe Verbündete, 10 Mal kaufe Kiste einmal müssen die Geld kosten, die Kisten das ist aber doof Gibt's hier nicht irgendwie mit Diamant in der Kiste kaufen? Na gut, also überspringen wir diese Quest auch Sammelnahrung Sammelnahrung 30.000 und da ist einer ich glaube da ist einer drin Sammeln Sammeln Ah, ich kann nur einen Marsch machen Marsch machen Heile Einheiten, das kann ich ja jetzt machen oder sind die erst da, wenn die zurück sind oder sind die erst da, wenn die zurück sind nein, sind die jetzt schon noch aber ich muss 100 heilen und das sind hier gerade mal 19 19 hm Kapazität von 56.000 und keine Und sind 50.000 Gang ja nicht sehr die der Besiege-Zombie-Höhle. Nochmal schauen. Ach, hier, das. Ja, ja, okay, ich mache jetzt nur Auskundschaften, das ist ja noch nicht Besiegen, ne? Und Besiegen stand da was mit Raid, Raid brauche ich dann andere Spiele dafür. Also ich denke, das werde ich gar nicht schaffen. Ich verbrauche jetzt 20 Ausdauer. 5 habe ich verbraucht, ich muss also nochmal 3 andere Angriff machen. Ist ein Schwiererwein zu helfen da? Ich kann mir selber nicht helfen, also nein. Okay, Ausdauer verbindet. Kiste kaufe, sammeln. Bus-Ressourcen vom Gebäude. Aufgabe, okay. Ein Ressourcen-Boost. Ich habe ein gut Büschel. Kiste, täglich in der Allianz-Show. Okay, das, da kann ich was kaufen. Welchen Bus-Nimmer denn? Kaufe einfach hier Nahrung. Nahrung ist immer gut. Die nächste Aufgabe. Helfe gebündeten. Kaufe eine Kiste. Sammeln, Sammeln, Nahrung. Heilen. Keiner da. Ich kann ja mal kurz gucken, wenn ich den finde. Geist. Great. gut, kann ich noch gar nicht machen ach ja, dann würde ich sagen, machen wir die Nahrung erstmal und das wird zu lange dauern, dann schicke ich die einmal los und sage, das war's für heute und das sind 90.000, ich brauche allerdings so 30.000, das war die Schläger zuhause und die hier auch, ganz streiche zuhause lassen Taxi Warte mal, reicht das hier? Oh, das reicht auch, ist ein bisschen schnell unterwegs Entsendung In 1 Minute 30 bin ich da und vielleicht dauert dann das abfarmen Würde ich auch gerne noch mal kurz wissen Das level ich einfach auf hier zack 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 Und dann noch wer hier Nee Scarlett habe ich nicht Jetzt holen Erhalten Für 5 Euro Nö Charakterverwaltung Okay Post In meiner Tasche Was ist das? Oh Pfl��� Held Für besser D Für besser Jetzt hat er ihn schon überholt, nur wegen der 1. Okay. Hm. Schrecklich? Noch nicht. Gleich. Gleich. Es dauert eine halbe Stunde. Gut. Nachgeschaut. Jetzt sage ich mal Dankeschön für das Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.